herzlich willkommen leute auf crypto white hat und zwar heute gibt es neue ripple xrp news und ja vielen lieben dank für die ganzen feedbacks und meinung wie lange das video jetzt sein soll in den kommentaren also das war krass die einen sagen ja zehn minuten die anderen sagen länger ich habe mich jetzt dazu entschieden dass ich einfach gesagt habe so wenn es gar nicht geht oder wenn es anders nicht geht dann mache ich die videos länger und wenn es anders geht dann auch kürzer und da ist für jeden was dabei weil ich kenne das ja so mit der zeit zeit ist kostbar und ich wie gesagt ich versuche auch immer stets wirklich wissen weiter zu geben und nicht nur immer rein news oder so sachen ich schaue auch immer wirklich dass ich technisch irgendwo reingehe und euch dort was weiter vermitteln kann an wissen und so weiter ja da würde ich mal sagen um keine zeit zu verschwenden lasst uns mal reingehen so gut leute ja gibt einige einige news die ich euch hier zeigen will das video wird wahrscheinlich bisschen länger gehen darauf müsst ihr schon mal einstellen also minimum 20 minuten definitiv ja also ich berichte jetzt hier erstmal über ein patent wie wir hier sehen patent von glimse enterprises und die haben hier ripple in einem geilen zusammenhang erwähnt in dem patent schreiben und was haben die geschrieben kryptowährungen können zentralisiert sein wobei ihre protokolle von einer bestimmten entität durchgesetzt oder gehostet werden beispielweise kann kryptowährungen in einen zentralen hauptbuch geführt werden wie im fall von xrp währung ripple labs von san francisco california anstelle einer zentral kontrollierenden behörde wie einer nationalbank zur verwaltung der währungswerte kann die anzahl der einheiten einer bestimmten kryptowährung begrenzt sein die geschwindigkeit mit der kryptowährungseinheit auf dem markt gelang kann durch einen gemeinsam vereinbarten prozess gesteuert werden hat google mal wieder ein bisschen falsch übersetzt aber im grunde genommen hat das jeder hoffentlich verstanden auf jeden fall geil und die sind auch kein kleinunternehmen oder so die glimps group wir sehen es hier an lacking the benefits of virtual reality und die haben hier einige starke partner wir sehen es hier our clients and partners nvidia motorola wer kennt es nicht wer kennt nvidia nicht ja intel snapchat verison ja richtig geile geile firmen stehen hier hinter den pvc american airlines chanel chanel bayern wer kennt es nicht bayern richtig krank also colgate htc alles bekannte firmen dominos pizza wer hat bei dominos pizza keine pizza essen leute richtig geil epic games ne also das ist krass wer wer hier hinter denen steht das ist hier kein kleinunternehmen und die haben tatsächlich ripple vor kurzem im patent erwähnt dass die dafür geeignet sind für diesen fall hier und da haben das hier im diagramm rechts beschrieben transactions ne wie das ganze strukturiert werden soll und so weiter auf jeden fall eine geile sache so dann gehen wir mal weiter zum nächsten patent und das ist mal echt auch brutal geil die bundesdruckerei erwähnt einfach ripple das ist sowas von verrückt und das vor kurzem ne also hier das ist es ist vom zehnten fünften 2023 also gar nicht so lange her ich glaube nicht mal ein monat nicht mal ein monat her publication von der bundesdruckerei schauen wir uns mal an was die hier sagen so übersetzen will er nicht gut dann lese ich es auf englisch auf englisch vor kurz the ripple protocol consensus algorithm okay wo fängt an hier all other purpose sales do not meet the formandation criterion will be discarded or reforted when voting on the next block on the blockchain the a fermentation list represents subsets of the blockchain network that the participant maintaining the particular list trust as a group without requiring trusting each individual participant in the list the ripple protocol consensus algorithm david schwartz hier sehen wir auch hier haben wir auch das white paper von ripple verlinkt komischerweise haben die hier ethereum nicht erwähnt muss ich muss ich offen ehrlich sagen tut mir leid nichts gegen ethereum aber ethereum ist ja weit und breit nicht zu finden im ganzen patent dokument das ist hier eine patent anmeldung und hier sehen wir sehen wir rechts hier haben die so paar diagramme dargestellt wie das ganze sein soll auf jeden fall brutal das ist sowas von brutal blockchain server 1 stellt euch mal vor dieses blockchain netzwerk läuft einfach mal eines tages über den xrp ledger und da kommen wir immer wieder auch zum thema was marcelo sagt von mcxrp auf youtube und auf twitch auch mcxrp da sagt er auch immer da bin ich seiner gleichen meinung ne über den xrp ledger wird alles laufen wird alles laufen definitiv wir sehen es hier schon klassifizierung was die hier schreiben private zahlungswege zum beispiel mit elektronischer währung die zwischen teilnehmern eines gemeinsamen zahlungssystems unter der verwendung von e-cash genutzt wird private payments und interessanterweise haben die das klassifiziert die bundesdruckerei am 10.05.2023 also vor kurzem und haben dazu auch noch wenn das nicht genug ist ripple erwähnt unten das ist das ist crazy das ist hier ein patent das ist keine news seite das ist das steht schwarz auf weiß hier ne oder man muss sich hier ein bisschen nur erkundigen und das ist sowas noch geil also wer die bundesdruckerei nicht kennt ne also vielleicht gibt es einige in deutschland die die bundesdruckerei noch nicht kennen ähm ja erstellt äh digitale ausweise personalausweise führerscheine und so weiter ähm ja alles sowas mit id's zu tun hat hier die unternehmen der bundesdruckerei gruppe sorgen mit ihrer dienstleistung und technologien für den schutz digitaler identitäten sensibler daten und it infrastruktur ne ja die kümmern sich so äh über die ganze it infrastruktur digitale identitäten an sich identitäten ne wie schon erwähnt führerscheine und so weiter in deutschland sollte man kennen wenn man es wenn man es vorher nicht kannte so ähm gehen wir mal weiter also ich blende euch jetzt hier oben ein video ein ähm genau hier oben und zwar ja da zeige ich euch einfach wie vor zwei stunden der xrp ledger abgegangen ist und habe ich mir die frage gestellt krass woran liegt das denn da habe ich mir das ganze mal hier angeschaut ok da habe ich hier gesehen ok 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 hier geht es ständig nur um kor 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 wie wir hier sehen nur kor hier geht es nur um kor und interessanterweise ist es immer dieselbe summe schaut mal bitte hin also 26 bei 26 bei 26 bei 26 bei 26 bei 26 bei ganze zeit ne wirklich und ja dann ähm habe ich mich mal da erkundigt was ist das denn und dann bin ich drauf gekommen ah das ist kor von koreum ne enterprise grade blockchain auch ein richtig geiles projekt wer es noch nicht kennt sollte es sich anschauen und sich darüber selbst erkundigen und informieren ähm koreum kann über 7000 transaktionen pro sekunde ähm pro sekunde ähm ja versenden und das ist so geil ne also und die laufen einfach über den xrp ledger oder die haben eine anbindung ähm um über den xrp ledger zu laufen das ist sowas von brutal ne der koreum ecosystem grows and grows bald der fastest layer 1 ne hier sehen wir es auch schon 7000 transaktionen pro sekunde mit allein nur mit 32 validatoren richtig starke leistung muss man schon sagen ähm ja haben hier auch ein multichain feature und ja hier sehen wir es auch connect to the ethereum net was ich euch aber eigentlich zeigen wollte ist folgendes so also das ist das whitepaper von koreum und interessanterweise hat koreum gesagt hier folgender folgendermaßen hier ist ripple auch mit am start koreum will implement a communication layer either via ibc or bridge to communicate with the following blockchains with more to follow down the line bitcoin ethereum ripple wow ethereum wurde mal erwähnt das ist ja echt krass bei so vielen recherchen über cbdcs und alles mögliche stolpere ich mal auf ethereum und bitcoin das ist ja echt cool äh bitcoin ethereum ripple darf ja nicht fehlen leute ripple ne solena binance chain kosmos hub ja wie wir sehen die haben hier eine bridge zu bitcoin ethereum und ripple das ist sowas von geil ne sowas von geil und da habe ich mal hier ein bisschen tiefer gegraben habe ich mir sehen stably usd stablecoin launch on koreum ne jetzt hat hier stably ähm ein launch gestartet das ist auch vor kurzem erst rausgekommen hier am 31 mai also vor sechs tagen äh beziehungsweise vor vier tagen genau usdc ist noch ein koreum blockchain live und wir wissen koreum hat eine anbindung zum xrp ledger das ist brutal ne wo wir hier hingehen das ist wirklich brutal was ist stability usd usd c ist ein mehrkettiger fiat gestützter stablecoin der von stably in zusammenarbeit mit prime trust einem staatlich anerkannten treuhandunternehmen und regulierten depotbank in nevara entwickelt wurde das design von usd c ist so konzipiert dass es gesetzeskonform und vollständig besichert ist wobei der gesamtwert der ausgegebenen token dem gesamtwert der bankeneinlagen gehaltenen usd entspricht oder darunter liegt das gibt dem inhaber des tokens die gewissheit dass ihre vermögenswerte sicher und geschützt sind usd c fungiert auch als multi chain us dollar brücke die es web3 benutzern ermöglicht ihre usd liquidität schnell und sicher zwischen netzwerken zu übertragen es wird nativ auf mehr als zwölf blockchains wie bitcoin ethereum xrp ledger harmony stella v chain und polymesh sowie tesos ausgegeben wobei weitere netzwerke hinzugefügt werden um das überbrückungspotenzial weiter zu erhöhen stability ramp kann auf verschiedene weise zum prägen und einlösen von us-dollar verwendet werden jetzt sehen wir es hier fedwire abwicklung swift überweisung ach instant ach usa bald verfügbar credit kreditkarten und debitkarten ne überlegt mal einfach nur wenn wir das alles hier mal zusammenrechnen wir wissen ja ungefähr schon wie viel swift an transaktionen pro sekunde hat wie viele transaktionen pro sekunde das sind ne da ist platz für alle da da ist platz für alle da und ich sage es auch immer wieder ne und werde es auch immer wieder sagen da wird nicht xrp ledger am ende rauskommen oder äh ripple und wird die ganze weltherrschaft an sich reißen das wird nicht passieren ist ripple beziehungsweise der xrp ledger der king kong im stall ja ist es definitiv mit ihrer technik die die da haben ne mit dem inter ledger zusammen und so weiter unschlagbar unschlagbar ich sage es euch ehrlich und offen ne vor allem bezüglich cross border payments on demand liquidity das haben die andere nicht ne ähm und ja wenn die da auch also wenn da auch wechain wir sehen es ja wechain wird da auch mit partizipieren ähm stella wird da mit partizipieren kann ja mag ja sein dass die vielleicht die bereiche kredit und debitkarten übernehmen ne wer weiß ethereum übernimmt vielleicht hier ähm fatwire oder ach kann auch sein ne dass die das alles hier aufteilen was für mich auch kein problem wäre ne wo was mir auch wo ich auch sagen würde ja ist doch schön ist doch super ne so hier sehen wir es auch bei stable wenn man runterscrollt unsere kunden und partner prime trust bitrex vechain stellar ripple harmony ich persönlich hab alle drei im portfolio ich hab sogar vor kurzem noch vechain nachgekauft richtig geiles projekt vechain löst lieferketten probleme ne sollte sich auch jeder mal anschauen also ist ein richtig geiles bombastisches äh projekt mit richtig viel potenzial ne also ich schau ja wirklich auch immer dass ich in projekte investiere die irgendwie zukünftig potenzial haben ne und ähm ich hoffe ja nicht auf dieses pump and dump schema weil dieses pump and dump schema ja da 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 könnte ich mir jeden coin aussuchen ne so dann müsste ich ja nach den charts gucken und gucken okay wie war die entwicklung in vergangenheit und was man ja auch machen kann aber ich persönlich würde sowas dann wirklich nur mit spielgeld machen ne also äh auf gar keinen fall ähm richtig reingehen und so das würde ich wirklich nur bei den real use case projekten machen und ähm wie gesagt das soll keine finanzanlagenberatung sein das ist nur meine persönliche meinung wie ich mein geld investieren würde ne so leute und da gab es noch eine frage in den kommentaren die blende ich jetzt oben ein ähm also im letzten video wie viel ähm wie viel xrp braucht man um zu sagen dass es genug wäre oder um zu sagen dass man gut dabei ist also ganz ehrlich leute ich persönlich sag so wenn man ab 10.000 an xrp da hat ist man gut dabei sehr wahrscheinlich ne muss ich sagen an der stelle weil wir alle haben ja keine glaskugel und wir wissen nicht wie der preis sein wird ne das wissen wir nicht wir sind also ich bin auch kein finanzanlagenberater ist einfach nur meine persönliche meinung dass man 10.000 schon haben sollte oder ich sollte 10.000 haben das ist meine meinung ne das ich persönlich 10.000 schon haben sollte ne so jetzt gehen wir mal weiter so jetzt kommen wir mal auch zu einem thema ich habe auch einen kommentar unten gehabt und zwar äh hier vom benny guten benny bass music entertainment geht mal alle auf seinen youtube channel abonniert den ist ein super cooler musiker super cooler typ auch ein trading ähm profi analyst chart experte wie auch immer es genannt wird ich habe keine ahnung von trading äh er kennt sich da besser aus äh er ist echt ein pro darin und wir haben auch eine telegram gruppe er informiert die leute da und ja ähm schaut einfach mal vorbei da haben wir eine sektion trading und eine sektion allgemein für die leute die gar keinen bock haben auf trading und ja da gehen wir mal jetzt hier rein und zwar die frage war beziehungsweise genau äh was hat es hier mit dieser xlp holder portal plattform auf sich könntest du mal das bisschen durchleuchten und ja das habe ich gemacht tatsächlich äh wie ihr hier seht habe ich ein bisschen ja nachgeschaut was denn hier so vor sich geht ne wenn ich hier auf submit drücke habe verschiedene werte wieder eingegeben und ja habe dann hier in der netzwerkanalyse habe dann nachgeschaut ah ok welchen welchen code können wir denn hier enttarnen oder was steht denn hier im code hinter dieses dashboards ne was verbirgt sich dahinter und da können wir hier im code zum beispiel rauslesen on ledger volume ne auf dem ledger das 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 gesamte äh beziehungsweise hier oben total total xrp volume also das gesamt das gesamte xrp volume ne als titel da sind alles titel das heißt das würde stehen nach dem login ne so was würde hier noch stehen on ledger volume on ledger xrp trading volume ok also hat es hier irgendwas auch mit trading eventuell zu tun ne weil hier wird on ledger xrp trading volume bezüglich trading kann gut sein kann gut sein off ledger volume off ledger xrp trading volume ob hier mit diesem off ledger xrp trading volume ob damit offline gemeint ist oder ob damit was anderes gemeint ist kann ich euch nicht sagen ähm ich bin auch kein trading specialist so wie der gute benny äh da müssen wir den benny mal fragen äh da weiß er vielleicht mehr zu und average daily volume hier sehen wir auch average daily volume der das 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 tagesvolumen ok ok das verstehe ich sales limit maximum daily sales der maximale tagesumsatz ok hier wird es schon interessanter maximale tagesumsatz könnte sich beziehen aufs trading könnte sich aber auch auch beziehen aufs landing ne oder auf ähm so wie viele vermuten dass wir später dann quasi die coins unsere xrp an ripple verleihen und dafür monatlich dann irgendwie wie so eine prämie bekommen oder so dass sowas passieren kann oder so das bestreite ich gar nicht das kann wirklich passieren wir wissen es halt nicht was passieren wird ähm aber das hier sind so ein paar indizien und da geht es halt in Richtung entweder geht es entweder ist es wird es eine DEX eine decentralized exchange oder so eine trading plattform was nur für xrp holder gedacht ist oder es wird tatsächlich ähm oder es wird wirklich so eine so eine landing plattform ne wo wir ganz genau wissen hier maximum daily sales also maximale tagesumsatz ne weekly xrp daily volume auf exchange market price baseline weil ich hab hier im ganzen code hab ich sehr sehr oft auch hier so datum und sowas gesehen dass ihr auch selber ein datum einstellen könnt start end und so weiter und wir wissen ja start end datum ne wenn du sowas einwählen kannst okay man könnte jetzt sagen äh für charts ne man könnte quasi so äh eingeben okay von diesem bis zu diesem datum möchte ich dass der chart mir das und das anzeigt das könnte eine chartfunktion sein das könnte aber auch sein dass man sagt okay ab heute ab diesem datum bis zu diesem datum möchte ich meine coins an euch verleihen also diese funktion ist ja eingebaut man weiß aber ich weiß aber nicht wofür ganz genau diese funktion gedacht ist weil auch vor allem also ihr seht selber wie viele kurz schaut mal einfach nur wie viele kurz das hier sind ne also wie viele von wie viel dateien wir hier sprechen ne das sind nicht ein paar dateien ich müsste hier line für line auswerten und das ist so viel da wäre ich bis morgen nicht fertig ne also da wäre ich in drei Tagen nicht fertig ne hier sehen wir es zum Beispiel so eine File schaut euch die File an wie groß sie ist bitte schaut euch das einfach nur an schaut mal ich und ich hab das alles im schnell durchlauf mir reingezogen äh teilweise haben die hier custom functions verwendet und teilweise haben die zum Beispiel javascript libraries verwendet die wirklich die man wirklich nur verwendet zum Beispiel für ähm zum Beispiel nur für um um zum Beispiel besser zu dirigieren ähm Zeit Uhrzeit äh Datum und sowas das heißt um quasi sowas besser zu gestalten mit mit Zeiten Daten und sowas äh und das ist halt ähm äh schon interessant ne dass die halt quasi solche speziellen Libraries verwenden ja man könnte jetzt wie gesagt auch sagen für Trading es ist für Trading es ist nicht für ähm Landing könnte man sagen könnte man meinen man könnte aber auch meinen dass das für Landing ist ne also das haben wir keine Klarheit definitiv nicht was ich hier noch entdeckt hab ist ich hab hier eine API ähm URL entdeckt also auf dieser XRP Holder Portal äh Plattform hab ich hier eine API zu Volumes entdeckt ne was eigentlich auch ein Indiz ist dafür dass ähm dass es sich eigentlich hier um auch Trading handeln sollte oder könnte und ähm ja müssen wir mal schauen für was das gebaut ist also haben noch keine Klarheit da wie gesagt ich hab hier auch nochmal bisschen tiefer gegraben hab hier auch nochmal geguckt wo ist wo ist so hier hab hier geguckt also das ist die IP von 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 der XRP Holder Plattform hab hier geguckt okay ähm Reverse IP Lookup ne hab geguckt ah okay die hosten auf einem Amazon Server und ähm ja hier sehen wir es oben auch Amazon US West zwei Amazon Computer konnte aber weiter da auch nichts herausfinden hab mir dann aber angeschaut okay wie lange sind die denn schon da und seit 2019 haben die erstes mal gelauncht aber jetzt wenn wir jetzt weiter gehen interessanterweise 2023 ne hat sich hier sehen wir es auch 502 Bad Gateway Nginx die haben irgendwas am Server gemacht Server Einstellung vorgenommen whatever also dieses Jahr im Februar 12. Februar ihr könnt euch mal und da haben die in kurzester Zeit haben die jetzt haben die die Seite zweimal geändert schaut euch mal an was im 12. Februar los war mit Ripple gab es da irgendwelche expliziten News über XRP Landing oder sowas würde mich mal interessieren oder vielleicht gab es allgemein im Februar oder im März irgendwas über Landing über irgendwelche Updates die irgendwie irgendwas hiermit zu tun haben könnten müsste man sich nochmal genauer schlau machen weil hier 12. Februar ging es nicht und dann am 14. Februar haben sie es irgendwie behoben das Problem oder haben die Plattform ein Update verpasst der Plattform wer weiß und jetzt funktioniert es wieder also ab 14. Februar funktioniert wieder alles ja Leute ist auf jeden Fall ja interessante Geschichte ja so was habe ich hier noch herausfinden können VPN Ripple richtig gehört Leute ne VPN Ripple was bedeutet überhaupt VPN VPN ein VPN wer es nicht kennt Virtual Private Network ne was ist ein Virtual Private Network meist wird damit deine IP Adresse verschlüsselt und du wirst quasi geschützt ne wenn du irgendwo surfst im Internet bist du anonym keiner kann dich nachverfolgen solange du natürlich einen sicheren VPN verwendest muss an der Stelle auch gesagt werden und ja Ripple bietet jetzt sowas an tatsächlich wahrscheinlich nur für die Mitarbeiter intern ich bin fest überzeugt dass das wirklich nur für die Mitarbeiter gedacht ist Ripple VPN Credicial Portal es kann auch sein dass das für die Kunden gedacht ist für die Banken wer weiß die Banken bekommen hier vielleicht einen VPN Zugang laden sich das Zertifikat runter und können dann wiederum auf die Seiten zugreifen auf die wir nicht zugreifen können bezüglich CBDCs etc ich könnte mir das gut vorstellen weil man so die Sache also weil man das ganze so privatisieren würde einfach private halten würde komplett und wir da gar keinen Einblick dann hätten ist auf jeden Fall sehr schlau von Ripple und auch sehr geil so gehen wir mal weiter was habe ich denn hier noch entdeckt ripple okta punkt com ach so Leute kurze kurze kurz off topic nochmal meine Nase die ist verstopft nicht weil ich erkältet bin oder eine Infektion habe sondern weil ich eine Allergie habe also alles gut Leute so weiter geht so was habe ich denn hier so schönes noch gefunden ripple net produced eu punkt eu auf zero dot com auf zero auch eine sehr bekannte Firma wer sie nicht kennt richtig richtig krass bei okta von okta secure access for medical patients but not identity thieves was die hier machen ist identität da sind wir wieder beim thema digitale identität ja sicherer zugang sicherer access und wir sehen es ja auch schon wer mit dem zusammenarbeitet polaris province generali generali american national also das ist bombastisch also die sind echt krass but identity is so much more than just the login box ja und ripple verwendet deren service und beziehungsweise deren login box oder deren overlay panel dashboard whatever und hier könnte ich dann quasi auch die banken einloggen ne so jetzt gehen wir mal weiter konnte ich noch hier so schönes rausfinden ach ne das kommt in dem nächsten video damit das video nicht so lang wird gut leute dann bedanke ich mich für jeden der bis hierhin zugeschaut hat und ja hinterlasst mir auf jeden fall weiterhin so tolle kommentare wie es in vergangenheit auch gemacht habt echt ich freue mich jedes mal aufs neue wenn ich eure kommentare lese denke ich mir immer wieder alle richtig krass ne also das pusht mich motiviert mich um weiterzumachen und ähm ja vielen vielen lieben dank das kann ich nur dazu sagen wirklich also ihr seid der hammer gut leute dann wünsche ich euch noch einen guten start in den tag bleibt immer positiv bleibt immer up to date und an der stelle sei ich dann mal crypto wait it out ja nicht patience nicht viel live Vielen Dank.